Hallo ihr Hacker! Seid ihr bereit für ein bisschen linke Propaganda? Willkommen zurück zu einer weiteren Werbe-Episode hier für Lazy Golden End, erreichbar unter sillyhuhn.com oder 88.214.56.94 Ja, let's go! Heute sind sechs Leute online, also keine Ahnung was da los ist, aber ja, das sollte meinem Plan natürlich keinen Strich durch die Rechnung machen, denn es gilt hier immer noch die Wand hochzuziehen. Ja, ich hab's drauf Leute. Ja genau, und wie gesagt, heute etwas Propaganda zur Ethik. Wir haben hier ein Video von der media-ctc.de, mal wieder ein Video von 2018 mit 47.000 Aufrufen mit dem Titel 35c3 Hacker-Ethik, eine Einführung. Wenn euch das Video interessiert, was ich hier im Hintergrund abspiele, dann findet ihr einen Link dazu in der Beschreibung. Wenn euch der Server interessiert, auf dem wir hier spielen, das ist ein Vanilla-Server ohne Regeln und ohne World Results, der wird noch eine Zeit lang online bleiben und mit Zeit lang meine ich, solange ich es schaffe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es schaffe, diesen Server einige Jahre online zu halten. Und vermutlich auch länger, aber so ein paar Jahre kann ich schon mit halber Sicherheit garantieren. Und falls ich den Server nicht mehr online halten kann, dann werde ich die Map veröffentlichen. Das heißt, wenn ihr gratis auf einem Vanilla-Server spielen wollt, ohne dass ihr die Map verliert, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Okay, naja, das heißt natürlich nicht, dass wenn ihr hier etwas baut, dass das nie verloren geht, weil es gibt, wie gesagt, keine Regeln. Das heißt, wenn jemand daherkommt und euch das grieft, dann ist es halt kaputt, ne? Ist Bescheid. Genau, das war es zum Server. Genau, also wenn euch das Server interessiert, schaut auf dem Server vorbei. Wenn euch das Video im Hintergrund interessiert, dann schaut auf dem Video vorbei. Ich werde jetzt einfach mal das Video anschauen und hier diese Mauer hochziehen. Alrighty, let's go. Ich brauche echt mal so einen Full-Brightness-Hack. Jetzt geht's aber los. Herzlich willkommen zum Talk Hacker-Ethik. Eine Einführung. Gehackt wird viel. Ob aus Spaß, aus Aktivismus oder aus reiner Neugier. Die Hacker-Ethik. Aber man muss auch immer wieder mal innen sich kehren und überlegen, okay, wie weit kann ich eigentlich gehen? Was ist okay und was nicht? Klar, die AfD ist scheiße. Aber darf man deswegen die persönlichen Daten aller, die mal irgendeine Webseite von denen oder irgendwo bei Facebook geliked haben, veröffentlichen? Jo, da schreit einer ja. Da hat schon mal deine Meinung? Es gibt viele Fälle, wo es nicht immer ganz klar ist, wie ich vorgehen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber da hat jemand ja gestehen. Es ist nicht wie in Hollywood, wo wir den White- und den Black-Hat-Hacker haben, den Guten und den Bösen, sondern wir befinden uns immer wieder in Grauzonen, wo wir überlegen müssen, wie weit geht es. Und da kann uns die Hacker-Ethik helfen. Das mit dem Grauzonen ist immer so eine klassische Aussage von Leuten, die so richtige Scheiße bauen, oder? Wenn man so richtig moralisch-verwerflichen Dreck baut, kann man immer so sagen, ja, es ist auch alles immer so eine Grauzone, es gibt kein Gut und kein Böse. Also zumindest ist es in Filmen häufig so. Also was ich so in letzter Zeit gesehen habe, ist das immer so ein Standardspruch von Leuten, die halt so ein bisschen wilder unterwegs sind. Und da bekommen wir heute eine Einführung von Frank. Frank ist schon seit vielen Jahren Sprecher des CCC und noch seit viel, viel längeren Jahren aktives Mitglied in unseren Rhein. Und ich freue mich sehr, ihn heute hier zu haben und auch für mich nochmal eine erneute Einführung in die Hacker-Ethik zu bekommen. Also, begrüßt ihn mit einem großen, herzlichen Applaus. Ich brauche keinmal Tag werden, bitte. Ich sehe irgendwie gar nichts hier. Kann ich mein Bildschirm-Brightness hochcranken? Nein, kann ich natürlich nicht. Ja, vielen Dank. Die Hacker-Ethik. Die Hacker-Ethik, die der CCC verwendet, ist schon ein bisschen älter. Die ist ursprünglich mal entworfen worden, bzw. aufgezeichnet worden. von Stephen Lee, einem amerikanischen Journalist. Der hat ein Buch über die Hacker-Kultur am MIT in den 80ern geschrieben. Das hat den schönen Titel Hackers, von 1984 passenderweise verlegt. Und viele von den Regeln oder Punkten, die wir in der CCC-Hacker-Ethik verwenden, gehen darauf zurück. Eigentlich nicht alle. Wir haben einige dieser Regeln oder Anhaltspunkte, die wir so ein bisschen hochhalten, als Orientierung verwenden wollen, adaptiert. Insbesondere war auch Holland, hat es damals getan. Und darüber will ich heute ein bisschen reden. Warum? Warum brauchen wir so etwas wie eine Hacker-Ethik? Was ist eigentlich der Sinn davon? Kann man nicht einfach machen, was man will, einfach Spaß am Gerät haben und nicht länger drüber nachdenken? Unser Impuls dazu ist, dass Macht Verantwortung schafft. Wenn wir gucken, wer sich in der Hacker-Community bewegt, dann sind es häufig Menschen, die können mehr, die wissen mehr als der Durchschnitt, sind häufig energetischer, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Wir haben einen Drang zu wissen, zu forschen, herauszubekommen eine unbändige Neugier, eine endlose Geduld, mit der es dann möglich ist, Dinge zu schaffen, die von außen ausgehen wie die Technomagier. Und daraus resultiert aber eben auch, also die TPS sind ja wieder anders, die nicht so toll sind, die schlecht sind, die so wenig Leute andere Menschen ins Unrecht setzen, sie missbrauchen, dafür sorgen, dass sie ein schlechteres Leben haben und dem versuchen wir so ein bisschen uns etwas entgegenzustellen. Diese Idee, dass Macht Verantwortung schafft, ist in der heutigen Gesellschaft mittlerweile nicht mehr ganz so populär wieder, sondern wir haben ja eher gerade eine Tendenz weg von den Werten der Aufklärung, von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, hin zu Trennung, hin zu dem Versuch zu spalten und hin zu dem Versuch zu sagen, so Hauptsache ich kann mich selber durchsetzen, ist mir doch egal, was die anderen tun. Wir, hier, auf diesem Kongress zeigt sich das immer besonders, denken, dass es der falsche Weg ist, sondern dass eben die Werte der Aufklärung, faktenbasierte Kommunikation, Denken, nicht anhand von Wunschträumen, sondern von dem, was wirklich ist, der Weg vorwärts sind in eine bessere Zukunft. Was wir dazu brauchen, ist natürlich Wissen. Und eine der ersten Regeln aus der alten Heckerethik ist, der Zugang zu Computer und allem, was einem zeigen kann, wie die Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Hier haben wir genau diesen Punkt, diesen Wert der Aufklärung, dass die Zugänglichkeit von Informationen, Wissen können, wie ein System funktioniert, die Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen, von Dokumentationen, und dazu gehört auch manchmal, seinen Source Code zu dokumentieren, ja, ich weiß, dass das ein Kern unseres Wesens ist. Die Verfügbarkeit von Informationen war lange Zeit ein Problem. Also, wir erinnern uns, 1984. So, ich kann mich noch erinnern, so Mitte der 80er Jahre, wenn ich irgendwie Informationen darüber wollte, wie man irgendwie Computer benutzt und bedient, die jetzt über, sagen wir mal, irgendwie das Handbuch zu der in der DDR robkopierten Software aus dem Westen hinausging, musste ich in eine Bibliothek fahren. Es gab kein Netz, es gab Informationen, die waren schwierig zu beschaffen. Mitte der 80er, überlegen wir uns kurz, da war es so, dass Informationen tatsächlich in einem, ein heißes Eisen war. Die Zugänglichkeit dazu davon war bei Weitem nicht selbstverständlich. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich nach den illegalen Opcodes im Zylock Z80-Mikroprozessor suchte, den die DDR damals kopiert hatte. Und da musste ich mich durch diverse Bücher wälzen, bis ich die dann gefunden habe. Und das hat eine Weile gedauert. Heutzutage will man einfach sein Telefon aus der Hosentasche ziehen und irgendwie kurz die Suchmaschine seiner Wahl benutzen, dann hätte das Ergebnis in 30 Sekunden. Und trotzdem ist es so, dass wir diese Frage, den Zugang zu Informationen, immer noch zum Gegenstand politischen Aktivismus machen müssen. Weil wir jetzt das Problem haben, dass Informationen entweder mit Daten bezahlt wird, wenn wir Suchmaschinen wie Google benutzen, oder für viel Geld gehandelt wird, wenn wir uns irgendwie diese Wissenschaftsverlage angucken, die Forschungsergebnisse, die wir mit unseren Steuergeldern bezahlt haben, versuchen uns teuer wieder zu verkaufen. Das heißt, dieser Zugang sowohl zu den Computern als auch zu über die Welt ist immer noch ein wichtiges Thema. War ja zu erwarten. Die radikale Formulierung davon ist, alle Informationen müssen frei sein. Und die Zeit lang, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, auf den Chaos Communication Congress, wenn wir die Netzwerkstatistiken gezeigt haben, dann hatten wir immer so einen schönen Graph, der zeigte, dass wir mehr ins Netz hochgeladen haben, als aus dem Netz runtergeladen haben. Das waren gute Kongresse, wo das so war. Es gibt natürlich die Kehrseite dabei. Alle Informationen, das waren wirklich alle Informationen. Deswegen kam die Regel dazu, die damals Frau Holland dazu geschrieben hat, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Privatsphäre ist Handlungsfreiheit. Jeder von uns hat was zu verbergen. Ja, und das ist auch gut so. Das ist ein gutes Recht. So, niemand ist gezwungen, sich zu offenbaren. Und es ist auch falsch, so zu tun, als wäre es normal. Als wäre es vollkommen in Ordnung, dass man nur, weil man einen neuen Messenger installiert, sein gesamtes Telefonbuch hochlädt. Als wäre es total in Ordnung, Menschen auf Fotos zu taggen, die davon irgendwie nichts wissen und sie eigentlich auch nicht wollen, so zu tun, als wäre es nur, weil man selber noch nicht verstanden hat, dass seine eigenen Daten möglicherweise einen Wert haben, und zwar für die eigene persönliche Handlungsfreiheit, für den eigenen Spielraum im Leben, als könnte man dieses Denken auf andere extrapolieren. Diese, wir erinnern uns, wir reden hier von 1984, diese Dualität zu sagen, öffentliche Daten, Daten, die uns allen nützen, wissen, was um uns herum passiert, wissen, wie die Verkehrsflüsse sind, zum Beispiel, wann es möglich ist, zum Beispiel mit der Bahn zu fahren. Also einfach so simple Sachen wie Fahrplan-Daten. Darum schlagen wir uns immer noch rum. Es gibt auch Talks auf dem Kongress darüber, das heißt, dieses Thema wird irgendwie nicht alt. Also, dass der Staat und die großen Konzerne sitzen auf den Daten, auf den öffentlichen Daten, die uns möglicherweise ein schöneres Leben, bessere Zukunft ermöglichen können. Aber unsere privaten Daten, wo wir wann gewesen sind, mit wem wir kommuniziert haben, was wir gerne haben, wie wir bezahlen, was wir kaufen, was wir bezahlen, was unsere Suchbegriffe sind, diese höchst privaten Daten, die werden von denen privatisiert und meist informatisiert. Wir hatten dieses Jahr eine Reihe von Skandalen, wo es genau darum ging, dass insbesondere Facebook, aber auch Google und andere Unternehmen in großem Maße persönliche Daten erhoben und verhökert haben und damit sogar politische Manipulationen begangen haben. Und das zeigt, dass dieses Feld immer noch aktuell ist. Und wenn man jetzt so schöpferisch-kritisch mit Technologie unterwegs ist, dann tritt man ziemlich häufig in so einen Konfliktfall genau an diesen Punkt. Ich habe gerade heute schon wieder in meiner Inbox jemand, der gestolpert ist über eine Datenbank mit tausenden Daten von Menschen, die höchst privat sind. Und der jetzt natürlich fragt, okay, was mache ich jetzt? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Soll ich die veröffentlichen? Soll ich versuchen, mit dem Betreiber dieses Dienstes zu reden? Soll ich es ignorieren? Soll ich versuchen, all diesen Menschen eine Mail zu schreiben und zu sagen, so hier, guck mal, deine Daten liegen übrigens da offen im Internet rum? Und es sind keine einfachen Abwägungen. Das heißt, man hat eine große Macht. Man kann an so einer Stelle eine Menge Mist bauen, der das Leben von Menschen stark negativ beeinträchtigt. Und mit dieser Verantwortung umzugehen, ist nicht immer einfach. Wir hatten auf vergangenen Kongressen meine Telefonnummer, die Hacker-Ethik-Hotline, wo wir gesagt haben, okay, wenn du zufällig im Internet über Dinge gestolpert bist, wo du dir denkst, naja, das könnte möglicherweise jetzt ein bisschen schwierig werden, ruf uns an. Und die Fälle, die wir da bekommen haben, drehten sich eigentlich fast immer darum, dass Daten irgendwie schlecht geschützt waren, dass auch Daten erhoben wurden, die nicht erhoben hätten werden sollen. Und man befindet sich da natürlich in so einer gewissen Zwickmühle. Am Ende ist unser Rat da immer zu sagen, tu das, was am wenigsten Schaden macht, aber dafür sorgt, dass dieser Missstand abgestellt wird. Und es ist in der Regel natürlich was, was halt irgendwie mit dem, darauf hinausläuft, mit dem Betreiber diese Systeme zu reden. Was sie auch gerne tun. Ja, und dann wird man vom Betreiber angeklagt. Ehre. Wenn ihr in so einer Situation seid, kommt zu uns, wir helfen da gerne weiter, weil es in der Regel sehr viel einfacher ist, wenn der Anruf so geht, so, guten Tag, das ist Frank Krieger, Chaos Computer Club, ich hätte gerne mal den technischen Geschäftsführer gesprochen. In der Regel werde ich sofort durchgestellt. Als wenn sie da versuchen, irgendwie, guten Tag, ich bin John Doe Hacker, ich habe da ihre Daten. Es geht in der Regel schief. Heiße Security macht auch sowas ähnliches. Die helfen auch in solchen Fällen. Also wir sind da nicht alleine. Wir versuchen halt irgendwie da möglichst auch andere, die halt irgendwie mit solchen Fällen qualifiziert umgehen können, zu helfen und voranzubringen. Letzten Endes geht es darum, haben solche Unternehmen eigentlich ein Unrechtsbewusstsein? So sind die in der Lage da zu handeln? Oder ist es denen eigentlich total egal? Und was wir da heute gelesen haben, ist eine Anomarmungsstrategie. Also so ein, schön, dass sie anrufen. Wir wollen natürlich sofort gerne alles helfen, aber wir brauchen leider ein halbes Jahr dafür. So, so Probleme stellen sich tatsächlich heutzutage in der Realität, dass also versucht wird, möglichst oft Zeit zu spielen, möglichst viel Zeit rauszuschinden. Während dieser Zeit liegen die Daten häufiger dann immer noch ein halbes Jahr im Internet. Also was natürlich inakzeptabel. Das heißt, das Abstellen von solchen Missständen ist tatsächlich oberste Priorität. Die Frage, wie wir dafür sorgen können, dass möglichst viele öffentliche Daten zur Verfügung stehen, also die etwas abgemilderte Form von alle Informationen sollen frei sein, hat natürlich auch eine Menge mit zivilem Ungehorsam zu tun. Also ein schönes Beispiel, was wir an dieser Tage hatten, war die Öffentlichungmachung aller Gesetzblätter im Internet. Man denkt sich so, Deutschland, Gesetze, naja, klar sind die im Internet. Stellt sich raus, die sind bisher, gehören die dem Bundesanzeigerverlag einer privaten Organisation, die profitabel betrieben wird von einem Verlag. Und nachdem dann eine Initiative die Daten halt einfach mal ins Netz getan hat und gesagt hat, also Entschuldigung, wir sind hier Deutsche, wir müssen doch wohl unsere Gesetze haben können, ohne dass wir irgendwie dafür Geld bezahlen, hallo, ging es dann plötzlich ganz schnell und die Justizministerin hat verkündet, dass die Daten, also diese Gesetze und Verordnungen demnächst kostenfrei digital zur Verfügung stehen. Also da sieht man tatsächlich, es funktioniert. Und diese Aussicht darauf, dass die eigene Aktivität was zum Besseren verändert, dass das eigene Handeln nicht bedeutungslos ist, dass das, was wir tun, mit dem, was wir können und wissen, einen Unterschied macht. Darum geht es in der Hacker Ethik. Es ist nicht egal, was ihr tut. Es ist nicht so, dass da draußen in der Welt sich nichts verändert, wenn man nicht an der richtigen Stelle das Richtige tut. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir seit Anbeginn des Cross Computer Clubs haben, ist, wir wollen Hacker und Hackerinnen nicht danach beurteilen, wie sie aussehen oder wo sie herkommen oder aus welcher sozialen Schicht sie kommen oder wie viel Geld sie haben oder was auch immer. Eigentlich interessiert nur, was sie können, was sie wissen, was sie für Energie haben, was ihr Ziel ist. Und man muss sich immer mal wieder vergegenwärtigen, dass es ein ziemlich radikaler Anspruch ist, zu sagen, wir sind eine Meritokratie. Wir möchten eigentlich nicht aus irgendeiner anderen Grundlage über Menschen urteilen, als darüber, was sie tun. Und dieser Ansatz ist natürlich umstritten. Einerseits von den Konservativen, die halt sagen so, aber hoher Status muss doch irgendwie sein Privileg haben. Andererseits von Leuten, die es sagen so, ja, nee, Menschen können doch gar nicht so verschieden sein. Man muss sich wieder vergegenwärtigen, 1984. Das ist eine Zeit, an der die Nerds in der Regel in den Klassen noch im Papierkorb steckten. An dem Leute, die irgendwie besser waren in Mathe, nicht so richtig die populären Kids in der Schule waren. Wo es als jemand, der halt sich für Computer interessierte und Netze und all diese Dinge, war man jetzt nicht so unbedingt so der Held in der Klasse. Und der Chaos Computer Club war schon immer eine Heimat für solche Menschen. Die meisten von uns sind da hingekommen genau, weil wir da zum ersten Mal Leute getroffen haben, die dieselben Interessen hatten, die genauso wirkt und verrückt und schräg waren wie wir selber. Und das vorher schon ein Gefühl, wenn man auf so einen Kongress kommt, so ankommt und denkt so, endlich zu Hause. endlich unter den Menschen, die wissen, dass das, was mich interessiert, auch wichtig ist. Und die genauso daran interessiert sind, was ich tue, wie ich interessiert habe, was sie tun. Und diesen Grundsatz, diese Gleichheit in unserem Tun, in unseren Interessen, ist es, was den Kern des Clubs ausmacht, wo wir nicht von abweichen werden. Misstrauerautoritäten fördere Dezentralisierung. Der Chaos Computer Club ist schon immer eine Organisation gewesen, wo die Zentrale Dezentrale hieß. Aus dem einfachen Grund, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich nicht so viel Zentralisierung haben. Klar gibt es Haferkreise, die ein bisschen wichtiger sind, die ein bisschen aktiver sind, wo mehr Menschen sind so. Aber es gibt jetzt nicht das Hauptquartier oder so. Und wenn man jetzt diesen Kongress hat, gucken, wie dieser Kongress organisiert ist, gibt es eine große Menge von Teams, von Freiwilligen, die ihre Zeit und ihre Energie reinstecken und die sich eine Aufgabe suchen. Die sich ein Ziel setzen und sagen, so, wir wollen dafür sorgen, dass dieser Teilbereich bestmöglich erledigt wird. Da stecken wir unsere Kreativität, unsere Energie, unser Tun rein. Und genauso funktioniert der Chaos Computer Club auch insgesamt. Das heißt, es gibt dann nicht irgendwie ein Organigramm oder irgendwie den großen Verein, der dann halt irgendwie schön strukturiert ist, wie eine Pyramide. Das ist halt eher so ein Gewusel. Wir versuchen zu sagen, so, denk für dich selber, wird selber aktiv, versuch selber das zu tun, was nötig ist, ohne darauf zu warten, dass dir irgendjemand sagt, wo vorne ist. Wie bewegt man sich mit dem Teil? Die Produktionen, die wir haben, sind ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man aus so einer ... Braucht man da einen Sattel oder einen Heckklein, um dieses Teil zu kontrollieren? Aber ich dachte immer, die wären so selten, diese Skelettpferde. Ich habe schon zwei hier gefunden, das ist ja krass. Also, aber irgendwie... Irgendwie habe ich es nicht drauf. Ich glaube, es braucht einen Sattel, oder? Unser Verein hat so einen Vorstand und der Vorstand hat so eine Vorsitzende und der Vorsitzende sagt, wo es lang geht, denke kommt, ist man am Chaos Computer Club ein bisschen falsch. Das ist nicht das, was wir tun. Der Chaos Computer Club funktioniert so, dass wir sagen, es gibt Gruppen, die machen Dinge und das wird dann schon irgendwie zusammenwuseln. Wir haben Chaos auch im Namen, stehen nicht ohne Grund. Und wir haben ja festgestellt, über die Zeit funktioniert mal wieder auf der falschen Seite gut. Hat natürlich auch Nachteile. Also wir sind nicht besonders gut daran, zum Beispiel sehr lange an irgendeinem Thema dran zu bleiben, dass da dann jemand interessiert sich dafür. Immer wenn ihr denkt, so der Chaos Computer Club müsste doch jetzt zu diesem Thema unbedingt mal was sagen und dann tut es nicht, dann kann es entweder zwei Gründe haben. Entweder, es gibt da keine irgendwie geartete Konsensfindung zu, wir sind uns darüber nicht einig. Ein Beispiel dazu war zum Beispiel Google Street View oder es interessiert einfach niemanden. Kann auch passieren. Die Möglichkeiten, die wir dadurch haben oder nicht haben, ergänzen sich mit anderen NGOs natürlich ganz gut, die dann ein bisschen mehr Kontinuität da reinbringen, aber wir denken, dass genau diese Unabhängigkeit zu sagen, es gibt eben keine Zentrale, die sagt, jetzt machen wir mal das, sondern Themen werden angegangen, wenn Leute Bock darauf haben. Krass. Wenn sie das Gefühl haben, es ist notwendig, wenn es ihnen Spaß macht, dass es uns einfach die Möglichkeit gibt, solche Dinge wie diesen Wahnsinns-Kongress hier zu stemmen. Also überlegen mal kurz 17.000 Leute und das Ganze wird von Freiwilligen gemanagt. Autoritäten führen in der Regel dazu, dass sich Dinge verfestigen, dass es keine Bewegung gibt, dass Neues es schwieriger hat. Deswegen versuchen wir das irgendwie zu vermeiden, wenn es geht. Ja, der Teil, den Carina vorhin so schön hat irgendwie Blackhead, Whitehead, Graurot oder wie auch immer beschrieb, den hat Wau damals als Mülle nicht in den Daten anderer Leute beschrieben. Hm? Entschuldigung. Okay, Entschuldigung, war ich falsch informiert. What? Ihr seht, der Vorteil von Dezentralität und das Traum von Autoritäten ist, dass manchmal die Autoritäten am Saal sitzen und einen korrigieren. Finde ich gut. Ja, münd nicht den Daten anderer Leute. Die Frage, was passiert, wenn man so ein System gehackt hat und man steht jetzt vor so einer Datenbank oder man hat jetzt plötzlich die Macht, Dinge zu tun, die man vorher nicht tun hat, ist natürlich so alt wie dieser Club. So alt wie die Fähigkeit, in andere Leute Systeme einzudringen und sie zu manipulieren. Hacking definieren wir ja als den schöpferisch-kritischen Umgang mit Technologie. Wir definieren es nicht als das Einbrechen in andere Leute Systeme um damit Schrittloder zu treiben wie es im Rest der Welt so gerne definiert wird. Und die Frage wie geht man in so einem Fall vor ist natürlich eine nicht ohne weiteres und nicht ohne nicht ganz so einfach zu beantwortende. Ich muss kurz eine Sache nachschauen ob ich das schnell finde. Ich würde nämlich gern ein Loch graben und zwar mit einem TNT Duper und zwar einer der sich nicht bewegt also der mich wirklich ein Loch machen kann also kein Graben sondern ein Loch und da muss ich kurz nachschauen wie er geht. Okay also wir haben den 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 in der Regel wenn wir mit solchen Fällen nicht ganz so einfach zu beantworten wir versuchen in der Regel wenn wir mit solchen Fällen konfrontiert sind nicht zu sagen okay und dann machst du das oder das oder das oder das sondern wir versuchen Fragen zu stellen und die wichtigste Frage ist und was passiert dann wie geht es denn weiter danach wenn du was auch immer du gerade vorhast getan hast überraschenderweise stellen sich die meisten Leute diese Frage nicht man denkt erstmal nur bis zu dem und dann veröffentliche ich die Daten und schreibe eine Pressemitteilung dazu und dann wird schon alles gut werden in der Regel ist das nicht der Fall die Erfahrung zeigt egal habe ich alles dabei meistens geht das Leben danach weiter und es wird dann halt schwieriger das heißt die Frage was passiert dann ist die die man sich in solchen Fällen immer mehrfach hintereinander stellen sollte wir haben diese Verantwortung die damit kommt dass man zum Beispiel in andere Leute Systeme einbringen kann oder dass man Systeme manipulieren kann mittlerweile in Skalierungsfaktoren die wir früher für quasi unmöglich gehalten hatten im letzten Kongress kam jemand zu mir die hatten ein Botnet gebaut eigentlich mehr so aus Versehen oder ich mache ich mache eine Flying Machine die hier hin und her fliegt und dann reiße ich den ganzen Graben auf ach nee ich mache erstmal nur ein Loch die hatten halt ja tatsächlich es lief halt so die hatten halt irgendwie einen Fehler in einem beliebten IoT Gerät gefunden und haben dann halt den einen Bot dafür gebaut der sich halt so ein bisschen verbreitete und dann dachten sie naja es wäre doch eigentlich ganz schön wenn der auch noch gucken könnte ob andere Geräte in demselben Netzwerk auch dieselbe Schwachstelle haben und sich dann da auch installiert und der Bot hat nichts weiter getan der hat halt nur sich installiert also hat keinen DDoS gemacht oder irgendwas hat einfach nur hat sich einfach nur propagiert und nach Hause telefoniert und gesagt hier bin ich und naja dann saßen die halt da so auf einer niedrigen sechsstelligen Anzahl von IoT Geräten und dachten sie so hm und und was machen wir denn jetzt und oft genug gibt es dann halt so Komplikationen also man würde jetzt sagen okay so in einer idealen Welt Hollywood Szenario wo wir dann sagen naja dann benutzt du diesen Bot halt um irgendwie diese Lücke zu schließen und sich danach selber zu löschen und wenn du damit fertig bist dann sagen wir dem Hersteller Bescheid stellt sich raus das geht nicht schadensfrei also ein Teil der Fälle wäre es dazu bei bestimmten Firmaversionen oder Hardware-Versionen wäre es dazu gekommen dass es da halt dann zu einem Geräteverlust gekommen wäre was jetzt nicht so unbedingt das Tollste ist so ja auf der anderen Seite kann man jetzt sagen naja äh wäre jetzt andererseits auch denkbar dass irgendjemand anders dieselbe Lücke findet und da halt ein DDoS Netzwerk draus baut was machen wir denn jetzt am Ende hat sich die Sache relativ einfach geklärt weil die die Lücke dem Hersteller offensichtlich auch irgendwie aufgefallen ist und der dann halt mit der nächsten Firmaversion von sich aus den Patch nachgeschoben hat deswegen ist die Sache nicht öffentlich geworden und äh gibt immer noch ein paar tausend Geräte da draußen die angreifbar sind aber nicht mehr in der Dimension aber es war ganz ganz interessant genau dieses mal zu durchdenken weil in der Regel haben wir jetzt wirklich das Problem wenn wir eine Sicherheitslücke haben dass wir nicht mehr davon reden dass man mal einen Server aufmacht so wir können mittlerweile mit den Warnheiten die wir haben das vollständige Internet enormieren wir können alle Server im Internet finden die eine bestimmte Lücke haben es gibt genügend Suchmaschinen mit denen man wenn man die Muster nach denen man fragt für eine Sicherheitslücke entsprechend gut aufbaut wirklich fast alle Maschinen im Internet findet oder alle IoT Geräte findet die diese Lücke aufwalten das heißt auf einer Sicherheitslücke zu sitzen die plötzlich zehntausende hunderttausende gar Millionen Geräte betrifft ist nicht unwahrscheinlich ist nicht so dass einem das nicht passieren kann manchmal guckt man auch lieber gar nicht nach das gibt es auch ich kenne Leute die sagen ich habe hier eine Lücke gefunden ich gebe die lieber nicht in so eine Suchmaschine ein weil ich will es eigentlich gar nicht wissen kann man machen ist aber eigentlich verantwortungslos weil man dann nicht dafür sorgt dass das Problem aus der Welt geht wir reden jetzt bisher immer davon Systeme aufzumachen und Sicherheitslücken zu finden viele von uns sind aber auch damit beschäftigt Systeme zu bauen also dafür zu sorgen dass wir unsere Computer funktionieren das Datenbank funktionieren und so weiter und so fort neben der offensichtlichen Verantwortung dafür zu sorgen dass die Systeme halbwegs sicher sind soweit es halt eben die Technologie erlaubt gibt es auch eine andere Verantwortung und das ist die Verantwortung dafür was die Systeme tun und wir haben genau dieses Skalierungsproblem auch auf der anderen Seite wenn wir heute ein System bauen wenn wir mal ganz rarmos ein Datingportal dann fallen in diesem Datingportal tonnenweise Daten an höchst sensible Daten will man es will man dass diese Daten so gespeichert sind dass sie irgendwann mal jemand der über eine Sicherheitslücke stolpert zum Opfer fallen und die möglicherweise kriminell verwendet oder für Erpressung verwendet will man ich finde es so geil dass man hier an der Oberfläche Redstone Blöcke erfahren kann habe ich die da mal hingesetzt ich glaube nicht oder will man seine Energie vielleicht lieber darauf verwenden Systeme zu bauen die das Leben besser machen indem zum Beispiel die Daten ordnungsgemäß verschlüsselt sind indem die Daten vielleicht gar nicht erst da oben werden indem dafür gesorgt wird dass die Menschen die Systeme verwenden nicht im Unklaren darüber gelassen werden was mit ihren Daten eigentlich passiert und immer wenn ich so gucke es gibt so jedes Jahr so eine Landkarte der Firmen die in der Werbeindustrie tätig sind das sind tausende Firmen die nichts weiter tun als dafür sorgen dass wenn man auf eine Webseite geht die Daten aus den Cookies und aus sonstigen Identifikationsmerkmalen möglichst schnell weitergeleitet werden und Leute darauf bieten können welche Werbung sie einem jetzt irgendwie rein spielen und ich denke mir immer so da müssen Leute sitzen die programmieren den Scheiß da müssen Leute sitzen die ihren Tag damit verbringen dafür zu sorgen dass die Bilder von dramatisch ausgeleuchteten Zahnpastatuben schneller bei mir im Browser landen und die wissen dass ich lieber Pfefferminz Zahnpasta mag als welche mit Himbeergeschmack ist das ein Lebenszweck so fühlt man sich dabei irgendwie gut so arbeitet hier jemand in so einer Brand Ja aber ist man da wirklich so direkt verbunden mit also ich meine da gibt es doch Leute die machen einfach nur den nur den Teil des Backends die sich drum kümmern dass der Speed davon läuft und also die mit der eigentlichen Implementierung was mit diesem Tool passiert gar nichts zu tun haben wisst ihr was ich meine? und dann gibt es die Leute die das System einfach nur aufsetzen und starten irgendwelche DevOps Fuzzis und dann gibt es irgendwelche Leute die dann einfach nur die Stückchen zusammenwerfen so also die dann wirklich also ein größeres Bild haben also so stelle ich mir das vor und also ich denke mir dass die Programmierer da großteils einfach nicht so direkt verbunden sind mit dem was sie da bauen oder halt so ein bisschen distanzierter aber keine Ahnung also es gibt sicher auch Fälle wo die da so mehr überbekommen haben Kennt jemand jemand der in so einer Branche arbeitet? Geht es denen gut irgendwie? Also ich will das hier jetzt nicht schönreden und sagen die die schließen alle die Augen oder was auch immer aber ich ich kann mir halt vorstellen dass dass man das nicht so mitbekommt also dass man jetzt irgendwas dass man jetzt hier aktiv irgendwie Leuten schadet oder dass man irgendwie sein sein ganzer Arbeitssinn nur darin besteht Leute zu überwachen oder so also ich kann mir gut vorstellen dass sowas leicht an einem vorbeigeht ohne dass man da aktiv wegschauen muss und ohne dass man ein Gewissensbissler hat also so ich denke dass wir das Hackerethik auch bedeutet sich zu überlegen was man mit seiner Lebenszeit anfängt wofür man seine Zeit verwendet was die Dinge sind die man hinterlässt oder die Bewegungen die man in Gang setzt die Trims die man schafft und ich glaube da sollte man ein bisschen länger darüber nachdenken so ich verurteile niemanden der in so einer Branche arbeitet wir müssen alle irgendwie unsere Miete bezahlen aber möglicherweise kann man seine Talente auch anders verwenden da wo sie tatsächlich einen positiven Unterschied machen viele von uns tun es hier ich kenne auch etliche die sagen okay ich arbeite in so einer eher etwas schattigen Branche wo es nicht so schön ist aber dafür habe ich irgendwie mehr Freizeit die ich halt in gute Dinge tun kann ist auch ein Trade-off der aus meiner Sicht jetzt nicht völlig falsch ist aber darüber nachzudenken das eigene Handeln zu reflektieren in Frage zu stellen zu gucken ob das was man da gerade macht noch das ist was man eigentlich tun sollte und wollte ob die Ideale mit denen man mal angefangen hat noch irgendwas damit zu tun haben ist auf jeden Fall gelegentlich eine ganz gute Übung wenn man egal ob man ein System eindringt oder über Sicherheitslücken stolpert oder Systeme baut eine gute Frage ist heiligt hier eigentlich gerade der Zweck die Mittel oder konkreter was wäre wenn das was du da gerade tust dir jemand zufügen würde wenn du davon betroffen wärst wärst dann immer noch okay würdest du denken okay unter den und den Voraussetzungen ist es eine legitime Handlung es ist ein ja ein Vorgehen was du irgendwie gutheißen würdest auch wenn du selber betroffen wärst und kann man natürlich irgendwie sich schönreden oder so aber also einer dieser Fälle ist halt was passiert eigentlich wenn man Technologie verwendet gegen echte oder wahrgenommene politische Gegner und sie damit quasi legitimiert was passiert denn wenn dasselbe mit deinen Freunden passiert bist du dann immer noch der Meinung dass es eine coole Sache war die Antwort darauf kann ja sein es kann sein wenn man sagt okay ist vollkommen in Ordnung oder man kann sagen naja vielleicht hätte man da doch noch mal einen Moment länger drüber nachdenken sollen eine Variante davon ist so schießen wir gerade mit Kanonen auf Spatzen wir haben häufiger mal so Fälle wo Menschen kommen und sagen so hier ich hab hier diesen Online-Shop aufgemacht da war das PRP ein bisschen älter und hab da irgendwie 2600 Leute gefunden die irgendwie Lebkuchen gekauft haben naja gut okay du musst halt irgendwas damit tun und wenn das nur der erste Online-Shop ist den der oder diejenige gerade aufgemacht hat dann ist natürlich der Puls noch ein bisschen höher und irgendwie die Aufregung groß aber gut dann muss man halt sagen okay naja dann reden wir halt mit dem Anbieter helfen ihm sein PRP abzudaten sorgen dafür dass die Daten nicht ins Netz gehen und kriegen vielleicht noch ein Packung Lebkuchen geschenkt wenn alles gut gegangen ist da müssen wir jetzt kein großes Fass draus machen also wir müssen jetzt nicht irgendwie da eine Pressemitteilung draus machen dass irgendwie keine Ahnung Lebkuchen24now fiktive Adresse seine Daten im Netz hat also wir machen nicht aus allem was was zu uns kommt irgendwie tatsächlich eine Pressemitteilung sondern nur dann wenn es darum geht dass entweder wirklich mit sehr sensitiven Daten hochgradig schlampig umgegangen wird und auch sagen wir die Betreiber von solchen Systemen dann auch so eine gewisse na wie soll ich sagen Beratungsresistenz zeigen dann kann es halt schon passieren dass es dann auch eine Pressemitteilung wird aber in der Regel versuchen wir halt möglichst die Sachen zu erledigen ohne dass da jemand zu Schaden kommt und niemand dabei heult einer der schönsten Teile der Hacker Ethik ist man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen und für uns ist es vielleicht mittlerweile selbstverständlich weil die meiste Kunst die wir kennen kommt aus dem Computer wenn man zum Beispiel Filme anguckt Schönheit kann man vielleicht drüber reden aber wenn wir runtergehen gehen in die Assemblies und Sex Center und gucken was die Leute so machen mit ihren Computern und wie schön es ist und wie viel Ästhetik und wie viel Charme da drin steckt ist eigentlich vollkommen klar dass es selbstverständlich geworden ist und das Interessante daran ist damals war das nicht so damals waren Computer diese Dinger die halt irgendwie in Text Terminals hingen und wenn man sie echt gequält hat und wirklich viel Zeit hatte und vielleicht sogar schon eine Grafikkarte hatte konnte man vielleicht mal sowas wie irgendwie eine Mandelbrot Grafik rendern die sehr schön war dauerte halt immer sehr lange und wenn man dann Glück hatte konnte man sie auf seinen neuen Nadeldrucker auch noch ausdrucken und dann die Wand hängen also das ist so 84 wir müssen irgendwann zurückgehen trotzdem ist es tatsächlich eines der Dinge die mich immer wieder ja angenehm berührt dass Menschen immer noch daran denken dass man mit Computern auch wirklich Kunst und Schönheit schaffen kann der letzte Punkt ist einer der kontroversesten wenn man aus der IT Security kommt da stellt sich dann so Montagmorgen beim Newslesen häufiger schon mal so dieses will ich nicht vielleicht doch lieber irgendwas mit Holz oder irgendwie Metall machen oder Schafe züchten oder Orchideen oder Rosen oder so und man kann da schon so ein bisschen zynisch werden also gerade so IT Security ist ja so ein Feld wo man so dem immer so das Gefühl hat das wird halt nicht besser so außer man kümmert sich selber drum aber wir sollten nicht so zynisch sein tatsächlich ist es so dass Computer für viele Menschen das Leben wirklich sehr viel besser gemacht haben ich habe mit vielen Menschen kommuniziert auf dem Kongress hier und im Vorfeld und mir einfach erzählen lassen wie Computer ihr Leben besser gemacht haben und da sind Menschen dabei die können nicht sehen die hören schlecht die haben Orientierungsprobleme die sind schon ein bisschen älter und für diese Menschen sind computergestützte Systeme um ihren Alltag besser zu bewältigen essentiell und lebenswichtig die haben ihr Leben wirklich besser gemacht die meisten von uns wüssten gar nicht mehr wie sie ihr Leben ohne Computer wirklich bewältigen sollten wir wissen nicht mehr so richtig wie es geht ohne um Computer uns Informationen zu beschaffen ich weiß nicht wir waren wie in den letzten vier Wochen in einer Bibliothek wer kennt jemand in einer Bibliothek okay über ein paar das heißt wir sind nach der Zombie Apokalypse dich vollständig verloren merkt euch die Hände ja aber die Realität ist nicht nur Informationsbeschaffung sondern auch Kommunikation alle Dinge bei denen wir uns orientieren sowas wie digitale Landkarten sowas wie Wikipedia in der Hosentasche sowas wie digitale Bücher die es möglich machen in den Urlaub zu fahren oder dass man einen zweiten Rucksack braucht diese Dinge haben wir alle mit Computern gebaut und dafür zu sorgen dass es so bleibt dass wir die positiven Aspekte davon weiter haben und weiter ausbauen können die negativen Aspekte all die ganzen Probleme die wir gerade haben mit irgendwie schon erschöpenden Aufmerksamkeitsspannen mit dem Hass in den sozialen Medien mit der Spaltung der Gesellschaft in Segmente die nicht mehr miteinander reden können weil sie nicht mehr dieselbe Faktenbasis haben sollten uns nicht davon ablenken dass wir eine Menge sehr positive Sachen haben und wir vielleicht bestimmte Sachen einfach abschalten sollten ich meine niemand stirbt wenn Facebook morgen abgeschaltet wird so aber wir sollten nicht den Fehler begehen zu sagen so ach diese Computer ist doch alle doof wie gesagt wenn man in IT Security arbeitet so ein Hobby mit Holz ist eine gute Sache so kann ich sehr empfehlen auch löten ist ganz gut aber im Prinzip hat dieser Satz immer noch seine Gültigkeit in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß und viel Spaß am Gerät aber ja trotzdem angenehm zuzuhören oh mein hey ja also ich denke dann in der nächsten Folge sollte dieses Loch hier fertig sein auf jeden Fall ich grab das Loch nur um dann die Wither da unten zu killen weil ich kriege echt also ich habe ja schon dieses Texture Pack da reingebastelt dass man die Wither Bar nicht mehr sieht aber ich kriege halt die Namen echt nicht raus ich bin einfach zu blöd dafür ähm und ja deswegen ist halt wirklich mein letzter verzweifelter Ansatz dass diese Namen da oben weg sind dass ich einfach ein paar Löcher grabe und die Wither töte ähm ich grab deswegen Löcher damit ich da unten Licht habe weil wenn man Fackeln ist immer so anstrengend ähm gerade wenn die Wither da dran drauf schießen und so weiter wunderbar das ist schon Badrock da unten gell ja ähm deswegen grabe ich hier ein paar Löcher ist sowieso eine ganz gute Idee hier ein paar Löcher zu graben macht Spaß ähm ja dann äh dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge dieser Dauerwerbesendung für diesen Minecraft Server ähm jetzt kann man mal ausschalten also ja ähm ähm kommt doch mal vorbei hier auf sillyhuhn.com ist ein äh Vanilla Minecraft Server ähm mit lang geplanter Uptime ohne World Resets und ähm ja eigentlich kaum Regeln ne kaum Regeln klingt jetzt so ultra eingeschränkt aber ich will einfach nur 100% ehrlich mit euch sein ähm auf der einen Seite ist natürlich so viel erlaubt wie möglich auf der anderen Seite kann ich nicht garantieren dass ich nicht intervenieren werde wenn die komplette ähm Spielbarkeit des Servers leidet wisst ihr was ich meine also wenn jetzt jemand wie zum Beispiel den ganzen Spawn in Lava packt und niemand kann mehr spawnen dann muss ich schauen kann ich da irgendwas machen wenn jemand äh eine Lag Machine baut dass die TPS auf Null sind der Server immer crasht wenn er startet dann muss ich auch schauen was man da machen kann und so also wisst ihr was ich meine aber an sich ist eigentlich alles alles was noch gesund menschenverstandentechnisch vertretbar ist wie Griefing äh Leute beleidigen ähm Hacking also Hacking im Sinne von X-Race B-Tech äh Aimboard was auch immer ist alles hier komplett legitim ne also alles auf entspannter Basis ähm genau so viel so viel zu diesem Server der Server ist momentan noch Vanilla aber wie ihr seht hier waren nur wenige Leute online und irgendwie lief der Server nicht so flutschig äh muss ich mal schauen obwohl der eigentlich gar nicht so schlechte Hardware hat muss ich mal schauen vielleicht braucht man doch ein paar Plugins ein Paper irgendwas um um da die Performance zu zu boosten aber ich werde es in den weiteren Werbeepisoden äh noch beobachten äh wie der ganze Server performt interessanter wäre es natürlich wie sie wie sich der Server hält wenn wir hier mal mehr Leute online haben als nur 6 aber ja da muss ich wohl meine Advertisement Skills mein Advertisement Game noch ein bisschen upsteppen aber ich würde sagen das war es erstmal für diese Episode kommt aus sillyhoom.com und spielt ein bisschen hier auf Laserguckenland cool